Wir haben immer im Kopf gehabt, allem Volle und das haben wir getan und wir sind sehr, sehr zufrieden mit der Leistung. Top 5, das war unser Ziel auch gewesen und das haben wir erreicht. Voll geil und uns hat es voll getaucht. Ja, die Stimmung ist super von Anfang an, also viele Leute stehen an der Strecke, feiern an, da ist man nur motivierter und das ganze Event, man kriegt richtig die Luft von Olympia. Jeder braucht Nervosität und das ist auch cool, wenn man das gespürt vom Start. Morgen wieder sicher das Gleiche, das gibt uns einfach den Kick, dass wir richtig Almfälle fahren. Ja, gescheit ausfahren, alles ausradeln und dann wieder auf morgen fokussieren. Bis zum nächsten Mal.